Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Tom Lützner und in diesem Video zeige ich Ihnen die Durchführung des Preisupdates für WM SE. Nach dem Intro geht's los. Für die Einrichtung des Preisupdates der Firma WM SE müssen wir unterscheiden, ob wir dieses erstmalig einrichten oder später dann nur eine Aktualisierung durchführen. In diesem Video zeigen wir zuerst den kompletten Prozess der Erstinstallation. Zum Schluss oder direkt per Klick auf den in der Videobeschreibung hinterlegten Zeitsprung gelangen wir zu der Vorgehensweise für die späteren, dann monatlich durchzuführenden Preisaktualisierungen. Um das Datenserviceprogramm der Firma WM SE erstmalig herunterzuladen, gehen wir an den Hauptrechner bzw. den Server und schließen dort KfzWin. Im nächsten Schritt öffnen wir den Internetbrowser und wählen dort die Seite www.wmcat.de. Darunter locken wir uns mit den Zugangsdaten ein, die wir von WM SE erhalten haben. Sollten diese noch nicht vorliegen, können wir sie über diese Telefonnummer oder diese E-Mail-Adresse erfragen. Nach dem Klick auf Login hier, wählen wir im nächsten Schritt auf der rechten Seite den Datenservice. Der Download beginnt und kann je nach Internetgeschwindigkeit bis zu 1 oder 2 Minuten dauern. Ist der Download abgeschlossen, rufen wir über die Tastenkombinationen STRG und J den Downloadbereich auf. Hier finden wir jetzt die Datei WM-Card-Datenservice-Setup-Exe. Wählen wir diese Datei aus, müssen wir im nächsten Schritt noch einmal die Lizenzbestimmungen akzeptieren und können dann die Option Installieren wählen. Sollte es auch bei Ihnen zu einer solchen Meldung der Benutzerkontensteuerung kommen, bestätigen Sie diese bitte mit Ja. Ist das Setup erfolgreich gewesen, können wir diese Maske nun mit Beenden schließen. Schließen wir auch den Internetbrowser, finden wir an dieser Stelle nun ein Symbol für den Datenservice der Firma WM SE. Diesen öffnen wir nun per Doppelklick und tragen in der Anmeldemaske unsere Kundennummer und das Passwort ein. Nach dem Haken bei Passwort speichern und dem Klick auf Login gelangen wir auf die Startseite vom Datenservice. Hier prüfen wir einmal im Bereich der Einstellungen, ob unter dem Punkt KfzWin WM-Card-Warenwirtschaft der richtige Installationspfad für KfzWin hinterlegt ist und auch der Haken bei Direktimport in KfzWin gesetzt ist. Falls nicht, nehmen wir diese Änderungen vor und speichern sie. Im nächsten Schritt wechseln wir in den Datenimport. Hier wählen wir ausschließlich bei der Erstinstallation die Option Vollständige Initialisierung. Die darauf folgende Frage bestätigen wir mit Ja und der Datenimport wird gestartet. Dieser kann je nach Internetverbindung einiges an Zeit andauern. Ist dieser abgeschlossen, stehen wir automatisch im Karteireiter Systemstatus mit dem Ergebnis OK. Sollte es beim Datenimport jedoch zu einem Fehler gekommen sein und hier das Ergebnis nicht OK angezeigt werden, stoppen wir an dieser Stelle und wenden uns unter der angezeigten Telefonnummer an die Hotline von WM SE. Im nächsten Schritt wechseln wir nun in den Karteireiter Daten Export und wählen darunter die Exportmöglichkeit für KfzWin bzw. WM-Card-Warenwirtschaft. Spätestens jetzt aber müssen wir sicherstellen, dass in KfzWin der Lieferant WM SE angelegt ist, dann aber auch darauf achten, dass das Programm nun im gesamten Netzwerk geschlossen ist und für die weiteren Schritte auch geschlossen bleibt. Dies bestätigen wir hier mit dem Klick auf OK. Damit beginnen die Datenaufbereitung und der Export, was ebenfalls ein paar Minuten dauern wird. Ist der Export abgeschlossen, bestätigen wir diese Meldung noch mit OK. KfzWin öffnet automatisch und wir melden uns an, wie gewohnt mit Benutzernamen, eventuell mit Passwort und mit dem Klick auf OK. Daraufhin bekommen wir den Hinweis, dass neue Preisdaten gefunden wurden und die Frage, ob diese aktualisiert werden sollen. Dies bestätigen wir mit Ja. Nun werden final alle neuen Ersatzteilinformationen in KfzWin importiert. Auch dieser Vorgang wird einige Minuten andauern und auch diesen haben wir für das Video ein bisschen abgekürzt. Ist auch dieser Vorgang abgeschlossen, sehen wir in diesem letzten Informationsfenster, was für Änderungen durchgeführt wurden und bestätigen dies abschließend mit OK. Für diesen Monat haben wir jetzt die Sicherheit, stets aktuelle Preise zu faktorieren. Das bedeutet im Umkehrschluss aber auch, dass das Preisupdate bestenfalls jeden Monat gemacht wird, da Ersatzteilpreise teilweise doch sehr stark differieren können. Dazu schließen wir KfzWin an dieser Stelle gleich wieder und gelangen darüber zurück zum Desktop. Als kleine Erinnerung dazu erhalten Sie jeweils zum Monatswechsel von WMSE eine solche E-Mail mit dem Hinweis darauf, dass eine neue Preisdatei zum Download bereitsteht. Für die, nennen wir sie Folgeupdates, ist der Datenservice dann ja bereits auf dem Hauptrechner bzw. Server installiert. Wir öffnen ihn per Doppelklick und melden uns mit den bekannten Benutzerdaten an. Im Datenservice angekommen, wählen wir nun direkt den Karteireiter Datenimport. Anders als bei der Erstinstallation wählen wir aber nun die Option Daten aktualisieren. So wird erst einmal geprüft, welche Datensätze tatsächlich geändert wurden. Diese Prüfung kann ein paar Sekunden dauern und muss daraufhin mit dem Klick auf Ja, wir möchten den Datenimport durchführen, bestätigt werden. Diese Vorgehensweise spart uns einiges an Zeit gegenüber dem Erstimport. Ist der Datenimport abgeschlossen, stehen wir automatisch im Bereich Systemstatus mit dem Ergebnis OK. Sollte es beim Datenimport jedoch zu einem Fehler gekommen sein und hier das Ergebnis nicht OK angezeigt werden, stoppen wir an dieser Stelle und wenden uns unter der angezeigten Telefonnummer an die Hotline von WMSE. Daraufhin wechseln wir in den Karteireiter Datenexport. Hier wählen wir nun die Exportmöglichkeit für KfzWin bzw. WMCatWarenwirtschaft. Nachdem wir geprüft haben, dass KfzWin auf allen Rechnern in unserem Netzwerk geschlossen ist, bestätigen wir die entsprechende Hinweisfrage mit OK. Der Export startet und wird einige Zeit in Anspruch nehmen. Ist der Datenexport abgeschlossen, bestätigen wir die Meldung dafür mit OK. KfzWin öffnet sich automatisch und wir melden uns an, wie gewohnt mit Benutzername, Passwort und mit dem Klick auf OK. Das Hinweisfenster, dass neue Preisdaten gefunden wurden und ob diese Preise aktualisiert werden sollen, bestätigen wir mit Ja. Und nun startet der Import der neuen Preise und eventuell der neuen Sortimentsänderungen in KfzWin. Auch dieser Vorgang wird einige Zeit in Anspruch nehmen. Den abschließenden Hinweis darauf, wie viele Datensätze geändert wurden, bestätigen wir mit dem Klick auf OK. Damit ist das Preisupdate für diesen Monat abgeschlossen. Wir freuen uns, wenn Sie unseren YouTube-Kanal abonnieren. So erhalten Sie stets aktuelle Tipps und Tricks. Neben diesen kurzen Erklärvideos gibt es auch ausführliche Online-Schulungen. Weitere Informationen dazu finden Sie in der Videobeschreibung.